Gah, vor allem ein Handwerksrezept, Mayonnaise-Maschine. Ja genau, angel doch mal ne Runde, Junge. Bist du dämlich oder wat? Ah, was frage ich eigentlich. So, lassen wir erstmal den Müller loswerden. Ja, uh. Ach guck mal, doch, wir haben einen Fisch. Äh, Fisch. Wir haben einen Fusch. Haben wir nicht so ne Angerkiste oder irgendwie sowas? Nö, nö. Haben wir gar nicht, nö. Nö, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Sei doch wie ein Fisch. Was brauche ich denn für die Marionäse? Mayonnaise. Marionäse. Marionäse, Maschine, Holz. Verarbeitet Eier zur Marionäse. Jetzt können wir eigentlich, ja, bauen wir auch. Zack. Haben wir eine Marionäse-Maschine jetzt gebaut. Sehr gut. Wo kann ich die denn hinsetzen? Hier. Ich weiß nicht, ob die hier so gut aufgehoben wäre. Aber hier vielleicht so. Fupp. Lege ein Ei ein und mal... Ja, okay, machen wir. Machen wir gleich. Das ist aber windig, Junge. Wer hat das Unwetter denn bestellt hier? Achso, hier. Das auch noch mitnehmen. Junge, Junge, Junge. Das ist aber ein Sturm. Ja, das ist noch normale Tomate. Ich weiß nicht, wie werden die Tomaten denn... Hm. Aber Tomate vielleicht noch nicht. Tomate würde ich gerne noch hier innen reinlegen. So. Wenn es keine goldene Tomate ist. So. Hä? Ich wollte noch nicht raus. Mann! Ein großes Ei. Gibt es auch kleine Eier oder was? Ich hätte gerne ein kleines Ei. So. Stellen wir mal ein bisschen Mayonnaise her. Geht ja auch. Kann man ja mal machen. Was ist denn das jetzt hier? Das ist Schrott. Das ist Schrott, ne? Ja. Das ist ein abgestürzter Satellit. Das ist ein abgestürzter Satellit. Satellit. Schrott. Batterien. Jo. So. Was wird denn ein Küken bzw. ein Hühnchen wieder kosten? Wir müssen mal hinkucken. Würde ich sonst gerne kaufen. Wollen wir mal ein bisschen Marionäse. Marionäse. Ich hätte gerne ein bisschen Marionäse. Tier. Ah. Okay. Küken kosten am wenigsten. Tü. Ach so. Ente auswählen. Okay. Das heißt Tweety. So. Zack. Und dann hätte ich noch gerne einen Küken. Das war es dann auch. Mir fällt jetzt kein Küken-Namen ein. Das ist dann Sweetie. Eine Tweety, andere Sweetie. Alles gut. Sie haben zu wenig Geld. Ach so. Ja. Stimmt. Jetzt wo das sagt, fühlt mir das sogar bewusst. Irgendwo. Hm. Jetzt wo er es sagt, wird es mir sogar bewusst. Ich glaube die Tiere wollen heute eh nicht rein. Weil das ist echt ein schandalisches Wetter. Oh, ich habe mich schon gestreichelt. Alles klar. Okay. Es ist ein schandalisches Wetter. Bleiben wir mal ehrlich. Da will keiner raus. Das will einfach keiner. So. Ähm. Ja, sie muss auch scheinbar nicht weg. Warum auch? Freitags wird nicht, wird nicht krank gefeiert. Na, Freitags wird einfach keiner krank. Was machst du denn da? Ach so, das ist ein bisschen frosch. Wie du frosch. Habe ich schon immer gewusst. Freitags wird einfach keiner krank. Und wehe, es wird jemand krank. Und warte mal. Na, ich sehe nichts. Irgendein Eimer. Ja, irgendein Eimer, ne? Es kann auch schon mal irgendein Eimer sein. Der einen glücklich macht. Na. Es kann auch schon mal irgendein Eimer sein. Irgendeiner. Nämlich Reiner's. Ah. Inventar ist voll. Sag mir doch mal was Neues, Junge. Ha. Als ob ich das nicht gewusst hätte. Dass mein Inventar mal wieder voll wird. Jo. 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 Na. So, lass mal gucken. Wir könnten auch so was nochmal essen. Du bist nicht zum Essen, ne? Ne, 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 ne. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du bist aber zum Essen. Okay. Kann in Tiefen gegessen werden. Mhm. Lies ich öfters. Würde ich nicht machen. Jo. Komm mal her, du Stein. Und zeig mir dein Gebein. So, ich möchte eine Runde angeln. Junge, ich will eine Runde angeln. Machen wir jetzt auch. Ich will mein Angeln ja verbessern, ne? La, 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 la. Ich bin der Anglermann. Alter. Nein. Ich hab nie aufgepasst. Höhöhöhöhöhö. Verflixter Fisch, eh. Bin der Anglermann. Weil der Angler kann. Ja, so viel. Alter. Was ist das für ein Angelfisch hier? Äh. Nein. Doch. Oh. Geil. Yeah. Ein Rotfeuer Fisch. Alter. Sehr geil. Ein Rotfeuer Fisch. Zuerst produziert. Sollen wir mal. Ein kleiner angriffslustiger Fisch. Der ist angriffslustig. Den haben wir schon mal. Ne, der ist ja Rubin. Der ist halt. Rotfeuer Fisch. Markwarmes Wasser. Könnten wir noch spenden. Was heißt das andere? Warte mal. Wie? Äh. 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 Hier. Sollen wir gleich erst mal essen. Ähm. Jetzt bin ich raus. Mist. Äh. Wo war das jetzt? Tagebuch. Gefangen. Äh. Angeboten. Ah. Okay. Gespendet. Gespendet. Das ist mein Rekord augenblicklich. Okay. Ja. Cool. So. Ess mal. Junge. Ess. Och. Mann. Ess doch. Ich will doch noch ein paar Fische. Sei doch nicht so. Jetzt sei doch nicht so. Zu mir. Oder gar zu dir. Alter. Das ist wieder so ein ranziger. Extreme Fisch. Uah. Hab dich. Inventar ist zwar voll. Ne. Mach ich denn jetzt hier? Den einen Schrott kann ich wegschauen. So. Zack. Zack. Und nochmal. Direkt die Leine ins Wasser. Alter. Komm. Wir müssen echt viel mehr. Äh. Angeln. Glaube ich. Alter. Was für ein kritischer Fisch. Nein. Das gibt es nicht. Ey. Ich brauche eine neue Angel. Eine viel bessere. Äh. Das wird Schrott sa- Ne. Doch nicht. Schrott wehrt sich nicht so. Eine Sardine. Inventar ist wohl. Tagung öffnen. Gut. Ich glaube Sardinen hatten wir auch noch nicht. Die können wir noch wegschmeißen hier. Äh. Ja. Komm hier. Die flickige Muschel. Fische beißen doch eh gleich nicht mehr. Meine Liebe. Äh. Tschüss. Geh doch mal weg da. Du stehst im Weg. Zack. Yes. Rein mit dir. Mehr haben wir nicht. Boy. Das ist aber gemein. Toll. Ein Tropfen Saft. Ich saue ein bisschen Saft. Saft? Saft? Wer will denn Saft? Alter. Was für ein Unwetter. Wer hat das Wetter bestellt? Ich verkaufe ich gleich gleich erst mal. Glaub mal ab. Glaubt das mal. Sorry mit den Muscheln hier. Alter. Was für ein Unwetter. Was für ein Unwetter. Das ist mal voll falsch hauen. Kann man immer mal machen. Eine Eichel. Noch ein Reichen. Ein Ahorn-Samen-Blättchen. So. Ein Ahorn-Samen-Blättchen. Das finde ich ja ganz nettchen. Noch eins. Soll ich gerne mal was ausprobieren. Okay. Okay. Mal schauen mal. Was da raus wird. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. So. Wir gehen mal eine Runde knacken. Weil etwas anderes kann ich hier eh fast gleich gar nichts mehr machen. So. Steine. Saft. Fasern. Holz. Holz läuft. So. Kompostbehälter. Zweimal Müll. Oh komm. Ein bisschen Müll da rein. Ich stelle Schrott her. Aus dem Müll. Aber er ist überhaupt nicht laut. Gott sei Dank. So. Eine Runde knacken. Schlaf. Johnny schlaf. Neuer herstellbare Gegenstände. Köder. Angeln. Eine Fähigkeit. Geil. Naja. So viel Geld ist es jetzt nicht. 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 So viel Geld ist es jetzt nicht.